Hallo meine Lieben, hier eine aktuelle Meldung. Diebstahl bei den Wikinger-Tagen in Schleswig. Am 8. August 2014 wurden bei den Wikinger-Tagen in Schleswig ein Kleid am Stand von Nicola Yilmaz geklaut. Eigentlich an für sich eine Riesenstauerei. Nicola wiederum sagt, wenn sie dieses Kleid zurückbekommt, anonym zugesendet, dann sieht sie von einer Anzeige ab. Derjenige, der das also getan hat, hat jetzt die Chance, sozusagen einer Anzeige zu entkommen. Unten in der Videobeschreibung habe ich auch den Kontakt zu Nicola. Und ja, wer sowas macht, ist dämlich. Ein Einzelstück zu klauen ist dumm, weil diese Bilder gehen durchs Netz, auf Facebook, auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Man kann mit diesem Kleid nirgends auftauchen, man kann es niemandem verkaufen. Man hat gar nichts davon. Ich meine, wie blöd kann man sein? Und das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Leute, es ist einfach klar, Einzelstücke zu klauen ist komplett irre. Abgesehen davon, dass es eine scheiß Arbeit ist, sowas zu machen und dass man sowas klaut. Nein! Klauen ist sowieso Kacke, ja? Also, wer immer das war, entweder zurückschicken oder erwischt werden. Oder nichts damit anfangen können. Und für all jene, die jetzt die Bilder gesehen haben, wenn euch jemand mit genau diesem Kleid auffällt, bitte ansprechen. Es muss nicht der Dieb sein, es kann auch jemand Unwissender von diesem Dieb gekauft haben. Ja, jetzt bin ich schon voll auf Klauen, ne? Gut. Mehr ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Bitte informiert uns, sobald das Ding auftaucht. Ja, hier sind meine beiden letzten Videos. Das eine ist das Gewinnspiel und das andere ist das Rezept der Weichselsoße mit Honig und so weiter. Das ist wirklich exzellent gut. Und ja, dieses Video bitte unbedingt teilen, soweit es geht, weil es geht darum, immerhin ein Diebdingsfest zu machen, beziehungsweise das Kleid wieder zu beschaffen. Wäre echt toll von euch, wenn ihr jetzt mitmachen würdet. Ich zitiere jetzt einfach mal LeFloid. Internet, do your thing. Bis die Tage. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.